Theoretisch müsste er jetzt wieder eigentlich von vorne anfangen. Oh, Pascal ist live! Pascal ist live! Wie er da sitzt. Ich finde das gut. Das mit seinem Chat, das verstehe ich noch nicht so ganz. Ich glaube, das ist ein Community Chat. Ja, ja. Ganz komisch. Ja, das sieht so aus, als wenn er das tagtäglich macht, ne? Bereit machen zum Einsatz. Zeit zum Aufwärmen. Da hinterher auch noch zwei Bildschirme. Was für die Werbung. Produktplacement. Seine LED-Beleuchtung. Ich glaube, das ist noch ein Quali-Fein. Oh. Im Jogger, ne? Der Fein springt über dem Gebiet ab. Na, im Ferrari Dressen, ne? Aber dafür liegt er auch so ein bisschen mit dem Rennsport. Das merkst du auch. Ist das Ding. Was? Das ist eigentlich schon die neue Schrottflinte, ne? Ne, aber die soll auch nicht ganz so geil sein. Ich glaube, die andere ist aber noch besser, die L6. Ja. Holst du das Auto? Was da rechts steht, dann hole ich die Flagge. Auto, was da rechts steht? Rechts von der Flagge. Da, ja. Da sind ein paar mehr aber noch gekommen, ne? Da ist sie... Uh? Komm, wuue... Passis hin, passi hin. Brauch es nicht. Ja. Wo das denn lebt? Hä? Schönen... Ah, der bin ich gegönnt, der Kleine, ne? Ja. Oh, sein Teammate. Keine Ahnung. Er hat sich vorher zerstört. Ja. Hast du noch ne Pistole? Das wird ne kurze Runde. Oh, Raketen erwarte ich. Oh, ist da oben drin, ne? Ja, vollkommen unauffällig. Hm. Hm. Raketen wäre von Schild. Läuft auf. Hm. 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 Sonst küsst du. Glaub ich hör ne... Ja und es ist einer, ne. Ah, ich hab nen Trophy, ok. Er schaut's jetzt so. Oh. Oh, wohin? Ausrüstung markiert. Oh. Machst du das? Oh. Kann ich jetzt eigentlich noch ein Schild anwählen? Nö. Kannst du ja vorne als Kühlefigur auf der Schraube stellen. Oh. Oh. Oh, das ist er gleich da vorne. Ich hab noch gern mal ne Waffe. Jetzt kann ja nichts mehr passieren. Trophy und Schild. Oh. Kannst du da drum bleiben, ne? Oh. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass, äh, eine Rakete kommt, ne? Oh. Ich hab ein Schild. Eine Rakete ist ja kein Problem, ne? Ja. Ja. Stimmt. C4-Wertruf. BD-Ausrüstung abgeschlossen. Aufklärungsdaten gesichert. Aufklärungsdaten gesichert. Oh. Ich hab ein Problem. Aber... Nehm ich die über die Motionskiste mit. Mh... Mh... Mh. Ausrüstung markiert. Ist das eilig oder... Ich bin für Missleiberbrüche? Ne, ich bin für die Weinsleiberbrüche. Ich bin nicht so gerne... ...stehen. Au. Machen wir aussteigen. Hm, Herstecksensor. Nice. Achso, ja, hab ich auch. Ich fahre. Ich fahre. Wird's denn was? Hallo, ich hab auf die gewartet, Alter. So. Da waren wir doch eben schon, oder nicht? Sie verarschen? Nee, fass ja nicht durch. Moin. Dies war uns wahrscheinlich unten. Jo. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne über uns. Aufklärungsdaten gesichert. Oh, Karte. Rote. Hm. Ja, keine hinten. Ach nee, da hat's. Bei dem Bunker ist schon einer. Scheiße. Kann man probieren, ob der Bunker funktioniert. Aber wir haben ja schon fasziniert zu tun, oder? So, krass. Ist ja nicht nur ein Fähnchen. Die Rechnung. Aufklärungsauftrag bereit. Ja, jetzt hier... Köpchen kaufen und dann... Köpchen kaufen? Köpchen kaufen? Ja, hier in der Kiste. So. Äh, rechts. Köpchen kaufen. Ich loote hier noch mal eben schnell durch. Schöpchen. Schön, dass du es sagst, ey. Es wäre mir fast nicht aufgefallen. Du könntest ja noch eine Drohne kaufen, ne? Ja. Oh, hier war... Oh, Vorsicht Dolly. Hier ist ein... Ja, genau. Da oben. Da guckt wahrscheinlich nur auf den Shop. Hm. Der bewegt sich auch nicht. Brauchst du das? Nein. Jo. Ach, wie soll denn noch auf den schießen? Ach, Mann. Tja. Ich bin scheinbar so angewöhnt, einfach da hinten hinzufahren. Du bist jetzt im Gulag. Kämpfe, um erneut eingesetzt zu werden. Der ist hinten rechts. Mitte. Hinten links. Links, Mitte. Mitte. Kommt jetzt links hinter dir. Links, links, links. Genau. Der ist jetzt... Na, was? Nicht mehr gesehen. Oh Gott. Der muss aber echt ein bisschen schneller gewesen sein, ey. Gewinne die Flagge und zurück an die Front. Doch wenn du verlierst, war's das. Verdien dir deinen Weg hier raus, Soldat. Denkt an die Flagge, ne? Ah, sehr gut. Nice. Oh. Tja, was wirst du verlieren, ne? Das Leben. Tja. 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 Cents. Ja, dust gerade ... Tja. Tja. Ach, Kindes. Tja. 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 Die sind im Tresen. Der LKW steht aber nicht normalerweise da. Der LKW steht aber nicht normalerweise da. Der LKW steht aber nicht normalerweise da. Das ist bestimmt die Mitte so im Niemandsland, ne? Das ist da wo die Häuser sind, ne? Ja, da sind die ersten Häuser. Okay, nochmal ein bisschen im Kreis fahren. Das war nur 180, ne? Nein, das war 360. Der LKW steht aber nicht normalerweise. Der LKW steht aber nicht normalerweise da. Oh. Na gut, das war naheliegend, ne? Juhu. Juhu. Okay. Ach, der nicht. Juhu. Juhu. Ja, hast, äh... Oh, 11.200. Ne, ne, ne. Was ist Geld denn her? Hm. Und kein Shop. Muss ja nicht so shoppen. Gib mir keine Waffe von dir. Oder hier. Jetzt kann ich mit Geld ohne Waffen sterben, oder was? Oh. Und wir fahren zu welchem Shop? Zu dem. Vorratsstation identifiziert. Mhm. Die Idee hat vielleicht noch einer. Wir sind als erstes da. Sprengfahrer ist. Oh. Mhm. Zurück, zurück, zurück. Können wir zurückfahren. Uh. Ja, genau. Ja, das hab ich mir gedacht. Na, die Rauchgranate ist da ja noch. Der war... Wo war der denn? Ne, pff. Beim Shop da links. Der hockt jetzt da im Fenster drinnen. Ah. Gut, dann such ich mir auch mal einen anderen Shop, um dich wieder zu holen. Ja, warte, ne, war den hier. Warte. Äh, wer geht jetzt? Äh. Ne, kommen wir da nicht her? Ne. Aber ist ja egal eigentlich. Die werden alle abgehämt. Tippe ich mal. Oh. Aber der scheint alleine zu sein, also... Könntest du ihn auch pushen. Ne. Weil da liegt ja unsere Auslieferungskiste, ne? Tch. 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 Nee. Geschwit. Ich muss mal kurz... Oh!